Ja, einen schönen guten Abend aus Berlin und aus Potsdam. Mein Name ist Christopher Marschall. Ich darf heute Abend dieses Webinar moderieren mit der FDP-Generalsekretärin Linda Teutemberg und mit Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir befinden uns an einem historischen Vorabend. Morgen vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, nicht komplett, aber jedenfalls in Europa, schwiegen dann nach dem 8. Mai die Waffen. Im Pazifik dauerte es etwas länger und wir haben uns zu diesem historischen Moment verabredet, über das Thema zu sprechen, ist der Westen am Ende oder vor einem Neuanfang? Und insbesondere, wie steht es um die internationale Politik in Zeiten der Corona-Krise, in Zeiten der Pandemie? Wir werden zunächst in diesem Format eine halbe Stunde unter uns diskutieren und Sie, die Zuhörer, haben aber die Möglichkeit, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. In der zweiten halben Stunde dieser insgesamt einstündigen Veranstaltung werden dann Ihre Fragen an mich weitergegeben auf technischem Wege und dann werden wir diese Fragen, so gut wir das können, beantworten. Und da wir weit über 300 Teilnehmer sind, bitte ich Sie schon um Verständnis, wenn nicht jede Frage individuell vorgelesen wird, aber wir werden das zu Themenkomplexen bündeln. Ja, wir sind am Vorabend des 75. Jahrestags des Friedens in Europa und Frau Teuteberg, ich würde gerne Sie und danach auch Wolfgang Ischinger fragen, wo stehen wir denn eigentlich mit dieser brisanten Frage, ist der Westen am Ende oder vor einem Neuanfang? Wenn Sie so die letzten Jahre oder meinetwegen auch Jahrzehnte Ihrer politischen Karriere, Ihres Lebens Revue passieren lassen, sind wir da eher an einem guten Punkt oder eher an einem schlechten Punkt, was die internationalen Beziehungen und die Rolle Deutschlands und Europas anbelangt? Ja, ich finde, wir sind auf jeden Fall in einem sehr kritischen Punkt, denn vieles von den Erfahrungen, die wir aus der Zeit der Weltkriege gemacht haben, sind offenbar in den politischen Schlussfolgen gerade nicht mehr so bewusst. Also, dass Deutschland vor 65 Jahren auf NATO-Mitglied wurde, das war ja noch gerade zehn Jahre nach Ende dieses Zweiten Weltkrieges, weshalb ich meine, die These wage, das geschah, nicht trotz, sondern wegen dieser Erfahrung und den Schlussfolgerungen daraus, dass man wusste, es ist ganz wichtig, nicht Sonderwege zu gehen, sich nicht zu isolieren, nicht unberechenbar zu sein, sondern verlässlicher Partner zu sein in einem Bündnis, und zwar in einem westlichen Bündnis. Und wenn man sich manche politischen Diskussionen heute anschaut, gerade haben wir die wieder um die nukleare Teilhabe, aber auch generell darüber, wo steht eigentlich Deutschland, ordnet es sich ganz klar dem Westen zu politisch, dann ist das offenbar neu zu verteidigen und nicht mehr so selbstverständlich. Als ich mit acht Jahren den Mauerfall erlebt habe, als hier aus der Umgebung von Berlin aus Ostdeutschland kommt, da schrieb Fukuyama vom Ende der Geschichte und man meinte, das ist jetzt alles klar und wir sehen, dass das nicht so klar ist, die Weltordnung. Und umso mehr tragen wir auch als deutsche Verantwortung in Europa, uns dafür einzusetzen, dass wir diese Lehren nicht vergessen. Herr Essinger. Ja, ich will dem, was Frau Tolleberg sagte, zunächst einmal voll inhaltlich zustimmen, aber lassen Sie mich noch Folgendes hinzufügen als Gedanken aus diesem Anlass des 75. Jubiläums des Kriegsendes, des Kriegsendes für uns zwei Anmerkungen. Erstens, lassen Sie uns bitte immer, lassen Sie uns immer stärker daran gewöhnen, dass wir nicht nur national denken, nicht nur darüber, was das für uns Deutsche bedeutet, sondern auch, was solche Ereignisse für unsere Partner, Nachbarn in der Europäischen Union, im Bündnis überhaupt für die europäischen Nachbarn bedeutete. Wenn wir sagen, und wir sagen das ja zu Recht, seit der berühmten Rede von Richard von Weizsäcker im Jahr 1985, dass das für die Deutschen ein Tag der Befreiung war, dann muss man sich darüber bewusst sein, dass dieser Tag der Befreiung, also das Kriegsende in Deutschland, für Deutschland, kein Tag der Befreiung war für den ganzen östlichen Teil Europas. Für den östlichen Teil Europas fing quasi ohne große Unterbrechung nach den Gräueltaten der durchziehenden Nazis, eine Dominierung, eine brutale Herrschaft der Sowjetunion an. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir an diesem Tag auch über die Frage reden, ab wann können eigentlich unsere östlichen Nachbarn, die Polen, die Slowaken und so weiter, oder die Balken davon reden, dass für sie der Tag der Befreiung gekommen ist. Ist das möglicherweise der Zusammenhang, der entstanden ist nach der Herstellung der Deutschen Einheit, nach 1990, als dann im weiteren Verlauf die Sowjetunion zusammenbrach und diese Staaten endlich dieses sowjetische Joch losgeworden sind? Das ist die eine Bemerkung, die ich machen wollte. Die andere Bemerkung ist, mit diesem Tag der Befreiung für die Deutschen, und das Stichwort hat Frau Teutteberg ja gerade auch schon genannt, fängt für die Deutschen, so sehe ich das jedenfalls, der von Heinrich August Winkler so genannte lange Weg nach Westen an. Und ich denke, wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir über diese letzten 75 Jahre ziemlich systematisch und getragen von erstaunlicherweise allen Bundesregierungen aus diesen letzten 75 Jahren, also jedenfalls seit es dann eine Bundesrepublik Deutschland ab 1948 gab, diesen Weg nach Westen gegangen sind, mit etwas unterschiedlichen Prioritätensetzungen und wir haben den Westen erreicht. Ich habe als deutscher Botschafter in Washington, als es um die Afghanistan-Frage ging, nach 9-11, ich habe mit relativ großem persönlichem Stolz meinem amerikanischen Publikum gesagt, ich finde es als jemand, der direkt nach dem Ende des Kriegs 1946 geboren ist, ich finde es großartig, das ist, ich jetzt sagen kann, dass mein Land endgültig im Westen angekommen ist, das heißt auf der Seite der Freiheit, der persönlichen Freiheit, der Grundrechte und so weiter. Und letzte Bemerkung, so stolz wie wir sein können, dass wir diesen Weg nach Westen gegangen sind, so besorgt müssen wir sein, Herr von Marschall, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, dass dieser Westen, dessen Mitglied wir sein wollten und zurecht geworden sind, dass dieser Westen im Augenblick fragmentiert ist, in seinem Bestand, was das gemeinsame Verständnis von Werten und Rechten angeht, zu zerfasern droht. Und deswegen ist es, denke ich, unsere historische Aufgabe, aus dem Vermächtnis dieses Tags der Befreiung vor 75 Jahren, dafür zu sorgen, dass wir nicht jetzt einfach Mitläufer und Beobachter weiterer weltpolitischer Ereignisse sind, sondern dass wir die Verpflichtung ernst nehmen, uns als Teil des Westens, um den Erhalt des Westens, um den Erhalt dieser Werte, um die Freiheit zu bemühen. Das wäre sozusagen mein Wort, nicht zum Sonntag, sondern zum Jubiläum. Da springen Sie ja schon mitten hinein, gleich in das Dilemma, in dem wir sind. Also wir sind nicht mehr in der glücklichen Situation von 1989. Wir sollten im Blick behalten, dass nicht für alle schon die Situation vor 1989 so wunderbar war. Auf jeden Fall ist die Weltlage heute eine völlig andere, denn die Sowjetunion gibt es nicht mehr, aber auch Russland hat nicht die Rolle eingenommen, die die Sowjetunion in der Zeit vor 1989 dominierte. Wenn, sitzt Europa, sitzt Deutschland heute zwischen Trumps Amerika und einem sehr autoritären China. Und wir alle kämpfen ja darum in der deutschen Gesellschaft, wie positionieren wir uns da eigentlich? Zu wem müssen wir mehr Distanz halten? Ist das überhaupt eine Frage, dass man Äquidistanz oder Distanz halten muss oder müssen wir uns nicht entscheiden? Matthias Döpfner, der Vorsitzende des Springer-Konzerts, hat ja gerade in einem viel beachteten Meinungsbeitrag geschrieben, wenn wir vor die Wahl gestellt würden, dann könnte sich Deutschland nur für die USA und nicht für China entscheiden, heute jedenfalls. Und weder Trumps Amerika noch China geht vorbildlich mit der Corona-Krise um. In Trumps Amerika ist es mehr eine Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und China, da haben wir alle den Verdacht, dass da auch kräftig gelogen wird, sowohl über die Ursachen der Krise wie über die Infizierten und die Todeszahlen. Also das vorausgeschickt, Frau Teuteberg, wo positionieren wir uns, wo müssen wir uns positionieren und gegen wen müssen wir uns im Moment, von wem müssen wir uns im Moment mehr distanzieren, damit Deutschland, aber auch Europa diese stärkere eigenständige Rolle spielen kann, wie auch Wolfgang Ischinger angesprochen hat. Ja, ich finde, wir müssen ganz klar auch zu unterscheiden Wissen zwischen einer aktuellen Regierung wie der Trump-Administration in den USA und der Frage, wer sind unsere engsten Verbündeten und mit wem teilen wir Werte und auch Interessen und sind in einem Bündnis. Und da ist für mich ganz klar, dass das die USA und auch andere westliche Demokratien sind. Früher hat man dann oft sprichwörtlich gesagt, wen beruft man an? In Washington, in Paris, in London und nicht in Moskau. Und heute stellt sich einfach auch die Frage, wir müssen da aufpassen, genau nicht zum Beispiel zu behaupten, wir seien da irgendwo neutral oder andere sind Drittstaaten, sondern auch natürlich solidarisch zu sein, auch mit anderen westlichen Demokratien, die unter Druck geraten. Das betrifft solche Aufklärungsfragen wie Flugzeugabstürze, da auch wo die Niederlande ihre Auseinandersetzung mit Russland haben, aber eben auch Australien jetzt, die die ganz legitime Aufklärung fordern, was die Frage des Coronavirus angeht. Und da müssen wir natürlich auch unsere Verbündeten unterstützen und nicht so tun, als seien wir Unbeteiligte. Wenn ich da gleich einen Haken darf. Australien sieht sich ja jetzt Sanktionsdrohungen, Pekings ausgesetzt, nur weil es die Aufklärung der Entstehung des Coronavirus und wie es sich in die Welt ausbreitet, forderte. Mich erinnert das so ein bisschen an die Situation, als die kanadische Außenministerin Christian Freeland Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsvergehen kritisierte, Saudi-Arabien Sanktionen verhängte. Und das, was Sie jetzt gerade fordern, nicht passiert. Damals hat sich Deutschland und EU nicht an die Seite Kanadas gestellt. Würden Sie also fordern, dass in diesem Konflikt zwischen China und Australien, Deutschland und Europa sich dezidiert an die Seite der westlichen Demokratie Australien und gegen die Sanktionsdrohungen China stellen sollten? Ja, auf jeden Fall sollten wir eben auch übrigens die Aufklärung fordern, China kann und sollte dann auch zeigen, dass es eine ernstzunehmende Nation auf dieser Welt ist, seine Aufklärungspflichten auch nachzukommen und auch gegenüber der WHO und anderen Staaten hier aufzuklären und nicht zu blockieren. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wo wir aufpassen müssen, in dieser Auseinandersetzung auch zwischen dem Westen, zwischen liberalen Demokratien und Staaten wie China, ist übrigens auch, dass wir die Macht der Bilder nicht unterschätzen und auch emotionale Faktoren. Wenn wir jetzt diese Frage sehen, auf die wir bestimmt noch mal zurückkommen, der Solidarität in Europa, dann gibt es ja offenbar eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen finanziellen und praktischen Hilfe, die auch europäische Staaten, zum Beispiel Italien, zugutekommen lassen, und der Frage, wer inszeniert das gut? Wer hat die richtigen Bilder von Lieferungen etwa? Und da stehen sozusagen die emotional wirkmächtigen Bilder von der Hilfe der europäischen Partner, sind eher unterbelichtet im Verhältnis zur wirklichen Hilfe, während die ein paar Flüge und Lieferungen aus Russland oder China medial sehr stark inszeniert werden und gut offenbar emotional rüberkommen. Also da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir neben der ganz konkreten Hilfe und der seriösen Politik darauf achten, wie können wir das auch emotional unterlegen, sodass es die Herzen der Menschen auch erreicht in den Staaten, die wir für unsere Werte gewinnen wollen und wo wir die Solidarität auch ankommen lassen wollen. Herr Schinger. Also ich denke, der Kern Ihrer Frage ist, wie verhalten wir uns angesichts dieser zunehmend konfrontativen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China? Und ich denke, die Antwort darf, um mal ein Wort unseres Außenministers Heiko Maas in den Mund zu nehmen, darf, um Gottes Willen, will ich jetzt hinzufügen, nicht mal wieder ein deutscher Sonderweg sein, sondern die Frage lautet, gibt es eine europäische China-Politik? Ich muss Ihnen sagen und den Zuschauern oder Zuhörern, es gibt keine europäische China-Politik. Es gibt Ansätze zu einer solchen, aber wir haben über die langen letzten Jahre und Jahrzehnte es für richtig gehalten, eine französische China-Politik zu haben, eine deutsche China-Politik, deren Kernessenz es war, möglichst viele Autos und andere Maschinen in China zu verkaufen. Eine strategische EU-China-Politik ist das, was wir brauchen, damit wir von China nicht, insbesondere die kleinen europäischen Staaten, nicht ständig auseinanderdividiert werden können, damit man uns in Peking als EU ernst nimmt. Das ist die Gestaltungsaufgabe, die vor uns steht. Und ich hoffe sehr, dass es der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr dieses Jahres gelingen wird, trotz der Prioritäten für die Corona-Krise etc., dieses Thema des Umgangs mit China ins Zentrum, oder jedenfalls mit ins Zentrum, mit in die Prioritätenliste, auf der Prioritätenliste für diese Präsidentschaft zu halten. Denn ohne ein Europa, das mit einer Stimme gegenüber China spricht, können wir es vergessen, uns solidarisch mit Australien oder mit Kanada zu zeigen. Das wird in Peking nur dann ernst genommen werden, wenn wir sagen können, hier sprechen 450 Millionen Europäer, mit denen wollt ihr doch Handel treiben. Mit denen wollt ihr Geschäfte machen. Aber vom Ansatz her würden Sie, Frau Teuteberg, unterstützen, dass man sich in solchen Situationen an die Seite Australiens stellen sollte, gegen Sanktionsdrohungen, nur weil jemand Aufklärung fordert? Ich würde mich nicht, um das klar zu sagen, ich würde mich nicht ohne weiteres dem anschließen, was Matthias Döpfner geschrieben hat. Ich habe Matthias Döpfner so verstanden, dass er sagt, wir müssen entscheiden, ob wir jetzt mit USA oder mit China gehen. Ich glaube, das ist nicht eine schwarz-weiß Frage mit China oder mit USA. Ich glaube, wir müssen zunächst diese europäische Position definieren, mit dieser europäischen strategischen Position, über diese Position, mit unserem amerikanischen Partner reden. Es kann nicht die Aufgabe Europas sein, sang- und klanglos und ohne Widerrede einfach die im Augenblick sehr konfrontative amerikanische China-Politik zu unserer eigenen Politik zu machen. Unsere Interessen gegenüber China sind nicht zwangsläufig identisch mit den amerikanischen Interessen. Aber vom Prinzip her teile ich die Meinung, wir brauchen China gegenüber Standhaftigkeit und Klarheit. Und wir sollten in der Tat im Sinne eines modernen Multilateralismus, einer Allianz der Multilateralisten, die sich die Bundesregierung ja mit vielen anderen Partnern zu eigen gemacht hat, natürlich in der Tat diesen anderen, dem Multilateralismus sich verschrieben habenden Partnern zur Seite stehen, wenn sie unter Beschuss geraten. Deswegen würde ich in der Tat sagen, jawohl unterstützen Australiens, jawohl unterstützen Kanadas. Aber bitte nicht als Bundesrepublik Deutschland, sondern bitte als EU mit einer Stimme für 450 Millionen. Das hat eine Wirkung. Damit sprechen Sie auch an, nicht? Also wenn man Europa als gesamte Binnenmarkt, als gesamte Volkswirtschaft oder jedenfalls ökonomischen Raum begreift, dann sind wir ja eigentlich vom Potenzial genauso stark wie die USA oder China. Aber merkwürdigerweise spielt Europa ja gar keine Rolle in dem Sinne, dass man sagt, da kämpfen drei große Wirtschaftsblöcke um ihre Attraktivität und ihre Vorbildrolle. Und man könnte ja durchaus fragen, ob Corona nicht ein Augenblick wäre, wo Europa mal nachweisen könnte, dass es sowohl besser als China als auch besser als die USA eine solche Krise managt. Und damit sind wir mitten in dieser Frage, die Linda Teutelberg schon angesprochen hatte, wie solidarisch ist dieses Europa eigentlich? Wir haben ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, aber auch entweder Lob oder Kritik. Auf der einen Seite sehen wir, dass zum Beispiel Deutschland in der Corona-Krise Patienten aus Frankreich, aus Italien in seinen Krankenhäusern versorgt. Auf der anderen Seite hören wir, dass Länder wie Italien den Eindruck haben, dass Deutschland nicht solidarisch genug sei. Auch natürlich das Urteil aus Karlsruhe zur EZB und den Anleihenkäufen hat dazu beigetragen. Gleichzeitig wird enormes Geld ausgegeben über europäische Kassen, das zu einem Großteil von Deutschland kommt. Wie bewerten Sie das, diese Gesamtschau? Wie ist das? Reichen, sind das nur symbolische Gesten und am Ende hält Deutschland die Taschen zu? Oder ist das eine unfaire Kritik? Wie ist aus Ihrer Sicht Solidarität oder Mangel an Solidarität im Moment in Europa verteilt? Und wie wirkt sich das auf das Bild von Europa in dieser Krise aus, auch im Wettlauf mit USA und China? Frau Todtelberg, wollen Sie wieder anfangen? Gerne. Ja, also im Eindruck offenbar wird diese Hilfe, die durchaus ganz stark da ist, da ist auch Solidarität. Und für uns übrigens als Freidemokraten ist das auch keine Frage des Ob, sondern des Wie. Wie wollen wir solidarisch sein? Was sind die richtigen Instrumente? Mein Eindruck ist, dass ein Fehler oder ein Dilemma dabei war, dass man nicht schnell genug sichtbar geholfen hat. Also die Regel, wer schnell gibt, gibt doppelt sozusagen, dass das auch stärker ankommt und auch emotional stärker wahrgenommen wird als Solidarität. Da ist am Anfang offenbar manches schiefgelaufen, auch mit diesen, ich glaube, es gab auch ein paar Irritationen bei Lieferungen an der Grenze. Aber was tatsächlich die starke Behandlung von Patienten in Krankenhäusern, in Deutschland, aber auch viele zusätzliche Hilfen über die europäischen Töpfe dort. Da passiert eine ganze Menge. Für uns gilt allerdings auch, wir haben keine Bondspflicht, um solidarisch zu sein. Corona sollte nicht der Einstieg sein, darin jetzt falsche Anreize zu setzen für eine dauerhafte gesamtschuldnerische Haftung und eine dauerhafte Überschuldung wieder Europas. Da sollten wir auch aus der Finanzkrise gelernt haben. Aber was wir wollen, wofür wir uns einsetzen, ist einerseits eine schnelle direkte Hilfe, ein Fonds, an dem sich auch Deutschland gemäß seiner Stärke in Europa besonders beteiligt, für die erhöhten Kosten jetzt, für das Gesundheitssystem in den besonders krisengeschüttelten Ländern und auch über die bewährten Mechanismen, aber nicht als Einstieg in eine gemeinsame Haftung, zumal die betroffenen Staaten ja übrigens ihre Haushaltssouveränität auch nicht aufgeben wollen und weiterhin ihre eigene Ausgabenpolitik machen wollen. Und das gehört eben auch zusammen. Handeln und Haften, die politische Verantwortung für die Ausgaben, die eine Regierung beschließt und eine Parlamentsmehrheit in dem jeweiligen Land und auch die Folgen, die das hat für den Haushalt, das sollten wir nicht trennen, aber gleichwohl deutlich Solidarität zeigen. Herr Schinger, wie machen wir das, dass Deutschland, nein Deutschland, Europa sozusagen mitspielt in diesem Konzert der großen Mächte? und wie ist das mit der Solidarität in Europa oder dem Mangel an Solidarität, der sich ja zu dem Gesamtbild ja beiträgt? Also ich kann, ich kann Frau Tolleberg überhaupt nicht, in keinem Punkt widersprechen. Lassen Sie mich das mal so formulieren, die Reaktionen in der Europäischen Union in den ersten Wochen, März bis in den April hinein, auf diese Krise, die zu den bekannten Maßnahmen führte, diese Reaktionen waren keine Glanznummer europäischer Geschichte. Ich denke, wir werden später auf diese Periode als eine Krise auch des europäischen Gedankens zurückblicken und hoffentlich lernen wir daraus. Es kann doch nicht richtig sein, sage ich jetzt im Rückblick, dass wir beflissen die Grenzen zu unseren Nachbarstaaten schließen oder diese Nachbarstaaten die Grenzen zu uns schließen und wir gleichzeitig fröhlich und unverzagt jeden Tag hunderte, wenn nicht tausende von Flugzeuginsassen aus Teheran, aus China, aus allen möglichen Herren Ländern, in denen diese Krankheit schon längst tobte, ungehindert über den Frankfurter Flughafen hereinkommen lassen. Also hier sind Dinge passiert, die europapolitisch schädlich waren, die den Eindruck erweckten, als hätten wir vergessen, was unsere europäischen Pflichten auch unter den Nachbarn sind. Und das ist der eine Punkt, den ich anmerke. Und der andere Punkt ist, in der Außenpolitik gibt es Situationen, in denen erstaunlicherweise die nackte Ratio, also die Vernunft, nicht ausreicht. Man muss auch in der Außenpolitik gelegentlich mal Emotionen zeigen, Empathie zeigen, Mitgefühl zeigen. Und ich denke, dass diesen Gedanken hatte ich übrigens auch schon vor zehn oder elf Jahren, als die Griechen unter ihrer Finanzkrise litten. Ich habe mich damals schon gefragt, wäre jetzt nicht eigentlich ein Punkt gekommen, wo jemand aus der deutschen Führung, der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, ein Minister oder die Bundeskanzlerin mal nach Griechenland fliegt und im griechischen Parlament den Griechen sagt, We stand by you. Wir stehen euch bei. Denn wir sind eure Partner. Und genauso hat es mich eigentlich verdutzt, dass während wir jeden Abend die Bilder aus Bergamo sahen, erfreulicherweise sind dann ja, wie Frau Teuteberg vielleicht zu Recht sagte, sind dann ja erhebliche Hilfs- und Unterstützungsleistungen angelaufen. Aber ich denke, nicht wahr, das ist jetzt Manöverkritik, ich denke, für künftige solche Situationen müsste man sich vornehmen, dass man als Partner da auch mal hinfährt und eine Rede hält im italienischen Parlament oder vor der italienischen oder spanischen Öffentlichkeit, um Partnerschaft und Anteilnahme zu zeigen. Ich denke, das sind Lehren, die zum, sozusagen, an diesem Tag, an dem wir hier reden, 75 Jahre nach Kriegsende, auch zu den Lehren gehören. Wir haben als Deutsche in den Jahren nach dem Kriegsende von vielen unserer Partner, übrigens auch von den amerikanischen Partnern, viel Empathie, viel Anteilnahme und Mitgefühl und viel Bereitschaft empfangen, wieder zugehörig sein zu dürfen, wieder dabei sein zu dürfen, nachdem wir ja, sozusagen, nachdem wir die Verbrechernationen waren. Und ich denke, das sind Lektionen und Lehren, die wir hoffentlich in der Zukunft noch etwas eleganter wahrnehmen können, als es in diesem Frühjahr im März, April möglich gewesen ist. An einem Thema kommen wir nicht vorbei. Ich muss ja aber um etwas kürzere Antworten bitten, damit wir mit unserem Zeitrahmen klarkommen. Das ist natürlich die Frage nach der Verteidigungspolitik, nach der nuklearen Teilhabe. Die werden wir nicht im Detail diskutieren. Das ist viel zu kompliziert für dieses Format und der Forderung des SPD-Fraktionschefs Münzenich nach einem Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland. Wie stehen Sie dazu? Und ich werfe auch gleich noch ein, das Thema hat ja eine gewisse Rolle schon in den letzten Tagen in Kommentaren gespielt. Ich habe auch Leserbriefe bekommen von Menschen, die sich als FDP-nah bezeichnen. Keine große Sympathie für Herrn Münzenich jetzt direkt als Person oder seine Parteigehäuser da mal gesagt haben. Es gab doch da auch mal einen FDP-Außenminister, der diesen Abzug der amerikanischen Atomwaffen gefordert hat, jedenfalls als Wahlkämpfer noch. Guido Westerwelle, wie das dann als Außenminister war, nach meiner Erinnerung, hat das dann nicht mehr gefordert. Aber vielleicht steckt da ja noch ein Thema drin. Frau Teuteberg, wo stehen Sie da zu der Forderung Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland? Und zwar jetzt nicht in Form eines Abrüstungsgeschäfts mit Russland, sondern das hat er ja als einseitige Maßnahme gefordert, Herr Münzenich. Eine einseitige Maßnahme Alleingänge, deutsche Sonderwege kommen für uns nicht in Betracht. Wir Freidemokraten stehen da ganz klar zu unseren Bündnispflichten in der NATO und dazu, dass wir gemeinsam Sicherheit und Frieden gewährleisten wollen. Und wir haben sehr wohl einen Ehrgeiz, uns für Abrüstung einzusetzen, aber innerhalb der NATO, nicht durch Aufkündigen von Verpflichtungen. Und zur Mitsprache innerhalb der NATO gehört eben auch, sich zu beteiligen und als die größte wirtschaftlich stärkste Nation in Europa sind wir natürlich und innerhalb der NATO, bei den europäischen NATO-Partnern, haben wir da auch eine besondere Verantwortung und können uns nicht, so wie es Herr Münzenich und andere tun, natürlich vergleichen mit manchen NATO-Mitgliedern, die jetzt gerade nicht beteiligt sind an der nuklearen Teilhabe, sondern das wäre ein fatales Signal, wenn wir als Deutsche jedenfalls sagen, wir kündigen einfach etwas einseitig auf. Wir wollen uns für Abrüstung einsetzen, das ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden in dem internationalen Umfeld mit dem Auslaufen des INF-Vertrages, dem, was auch Russland in diesem Bereich tut, aber wir wollen alles gemeinsam mit unseren Partnern tun und deshalb stehen wir auch zu der nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO. Wir halten es für ein ganz fatales Signal, wenn man da Alleingänge macht und Herr Ischinger hat ja vorhin sehr richtig angesprochen, wir müssen eher mehr Verantwortung übernehmen. Wir stehen in einer ganz großen Auseinandersetzung in einem Systemwettbewerb auch und um diese westlichen Werte. Was mir auffällt, die zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass wir für die Stärke des Rechts statt das Recht des Stärkeren stehen, für die Herrschaft des Rechts in den westlichen liberalen Demokratien. Ich glaube, wir müssen manchmal auch lernen, dass man auch bereit sein muss, die mit Macht durchzusetzen, dafür Verantwortung zu übernehmen, handlungsfähig, auch robust zu sein. Und das ist in Deutschland oft nicht beliebt, aber umso wichtiger, dafür einzutreten. Herr Ischinger, Sie haben ja erstens die Stellungnahmen von Guido Westerwelle sehr persönlich miterlebt, weil Sie ja selber als hoher deutscher Diplomat nun seit Jahren im Auswärtigen Amt waren. Und zweitens, Sie haben ja sich auch selber persönlich der Initiative Global Zero angeschlossen, also dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt. Also wie schauen Sie jetzt auf diese Mützenich-Forderung und in dieser Situation 2020? Also zunächst einmal muss, glaube ich, eines klar sein. Wir sind alle, egal ob jetzt SPD oder CDU oder Freie Demokraten oder andere, wir sind natürlich alle für möglichst umfassende Rüstungskontrolle und Abrüstung. Niemand hat ein Interesse an nuklearer Konfrontation. Ich selbst habe es für mich persönlich für richtig gehalten, in dem Jahr, in dem ich aus dem aktiven Dienst der Bundesregierung ausgeschieden bin, 2009, genau das Gleiche zu machen, was damals Hans-Dietrich, Genscher, Helmut Schmidt, Henry Kissinger und andere gemacht haben, nämlich für massive Abrüstungsschritte zu plädieren. Nur das war im Jahre 2009. Da hatte gerade der Präsident Obama gesagt, dass er für eine atomwaffenfreie Welt eintritt. Da war gerade der Anstoß gegeben worden, übrigens auf dem Parkett der Münchner Sicherheitskonferenz, durch den damaligen Vizepräsident Joe Biden, gemeinsam mit Sergej Lavrov, die New Start-Verhandlungen, also die strategischen Verhandlungen, anzupacken. Und es war eine Stimmung bei uns in der NATO, aber auch auf russischer Seite, wir können jetzt Abrüstung auf breiter Front anpacken. Das war die Situation des Jahres 2009. Die Situation des Jahres 2020 ist eine völlig andere. Wir dürfen nicht vergessen, dass seit nunmehr sechs Jahren, ja fast genau vor sechs Jahren es die russische Seite war, die die europäische Sicherheitsordnung, von der wir geglaubt hatten, sie sei etabliert seit 1990, seit der Charta von Paris, durch die Adjektion der Krim und durch die Intervention in der Ostukarine zerstört haben. Vertrauen zwischen West und Ost ist am Nullpunkt angelangt ab 2014. Und es ist nicht gelungen, das Seither wieder aufzubauen, weil es auch auf russischer Seite 0,0 Bewegungsangebote gab, weder in der Abrüstung noch in der Ukraine-Krise. Jetzt ein Signal zu setzen, dass wir aus deutschen Gründen diese amerikanischen Nuklearwaffen über deren militärischen Sinn man lange diskutieren kann, man kann auch hochintelligent darüber diskutieren, ob es nicht bessere Methoden gäbe, eine nukleare Teilhabe darzustellen. Aber im Augenblick haben wir nur diese Form der nuklearen Teilhabe. Das jetzt abschaffen zu wollen, das wirft doch die Frage auf. Haben wir vergessen, dass wir in einem Bündnis sind? Haben wir vergessen, dass wir auch ein Solidaritätsversprechen unseren polnischen und baltischen Nachbarn gegenüber haben? Haben wir vergessen, wie sowas in Moskau ankommt? Das ist doch nichts anderes, wenn es geschehen würde, als eine Maßnahme der eigenen Schwächung. Das ist eine Maßnahme, die in Moskau verstanden werden muss als eine Selbstschwächung des nordatlantischen Bündnisses und damit die Erhöhung, nicht die Reduzierung von Gefahren militärischer Abenteuerlust. Abschreckung wirkt immer im Kopf des Abzuschreckenden. Nur wenn der Abzuschreckende der Meinung ist, dass er tatsächlich mit dem größten und schlimmsten Übel tatsächlich zu rechnen hat, wirkt Abschreckung. Und der Mützenich-Vorschlag hätte, wenn er von der Bundesregierung akzeptiert worden wäre, ist er zum Glück abgelehnt worden, hätte leider aus meiner Sicht eine völlig falsche, nämlich missliche und uns schwächende Lage herbeigeführt. Trotzdem, lassen Sie mich das noch mal hinzufügen, trotzdem ist es richtig, wenn sich die politisch Beantwortlichen in Deutschland, aber auch einschließlich der Oppositionsparteien wie die Vereinigten Demokraten, um alle Möglichkeiten bemühen, Abrüstungs- und Rüstungskontrollprozesse wieder in Gang zu setzen. Es muss das zentrale Interesse eines nicht-nuklearen Landes wie Deutschland sein, den Nichtverbreitungsvertrag, das Nichtverbreitungssystem zu stärken, es nicht zu schwächen. Wir wollen keine weiteren nuklearen Staaten. Deswegen haben wir auch zwölf Jahre lang mit dem Iran vorhanden. Und so weiter. Also es ist ein wichtiges Thema und es geht nicht um Deutschland, sondern es geht um den Multilateralismus, es geht um den Zusammenhalt mit unseren Partnern, es geht um Solidarität, auch innerhalb der Europäischen Union. Damit sind wir bei Ihrem vorigen Stichwort wieder angelangt. Ja, also ich fasse das zusammen. Wir sind alle für Abrüstung, aber es muss sozusagen in einem Gegengeschäft sein und auch unter Berücksichtigung der Bedrohung, denen sich Deutschland gegenüber sieht. Und man muss sich auch noch China mit einbeziehen, denn das ist ja mit ein Grund, dass die russisch-amerikanischen Atomwaffen- und Abrüstungsverträge China nicht binden und deswegen die beiden kein großes Interesse haben, da noch weiter in Vorleistung zu gehen. Aber wir sind schon längst eigentlich zeitlich in der zweiten Hälfte angelangt und wir wollen natürlich auch jetzt die Fragen der Zuhörer hier vorbringen und dann Sie bitten, die zu beantworten. Eine ist auch gleich zu den Atomwaffen. Ich werde jetzt mehrere Fragen vorlesen und Sie dann bitten, soweit Sie wollen, darauf einzugehen. Sie müssen auch nicht beide immer dieselbe Frage beantworten, sondern können das ein bisschen arbeitsteilig tun. Also Benedikt Maasberg fragt zu den Atomwaffen und die Frage richte sich an Herrn Ischinger. Wären französische Atomwaffen in Europa nicht auch sinnvoll? Also kann sozusagen die Abschreckung, so verstehe ich das, statt von den Amerikanern, von den Franzosen in einer innereuropäischen Sache geleistet werden? Dann gibt es viele Fragen zur Europäischen Union und der China-Politik. Zum Beispiel sagt Marvin Rubin, woran liegt es, dass die EU keinen gemeinsamen Kurs gegenüber China entwickelt? Ist dort nicht auch die Bundesregierung gefordert, um diesen gemeinsamen Kurs anzustoßen? Es gibt ja bereits EU-Staaten, die sehr abhängig von China sind, Griechenland, Italien. Man könnte natürlich auch vor allem noch Polen und südöstliche Länder nennen. Und dann fragt auch Jens Gauer, wie realistisch ist denn derzeit in einem zersplitterten Europa von 27 Mitgliedern eine gemeinsame europäische Außenpolitik? Ist eine Art autoritärer Kapitalismus wie in Asien da nicht grundlegend im Vorteil? Da sind wir noch bei der Frage der Attraktivität anderer Gesellschaftsmodelle, ob die als effektiver sind. Dasselbe wird auch gefragt nach dem Nahen Osten. Aber ich lasse es jetzt mal bei der direkten Abrüstungsfrage französischer Atomwaffen Herrn Ischinger und an Sie beide noch mal einzugehen darum, wie realistisch das ist mit dem gemeinsamen Kurs gegenüber China und Herr Ischinger fangen Sieg schnell, damit wir bei dem Thema Abrüstung noch mal kurz bleiben oder Atomwaffen bleiben. Sagen Sie kurz was zu den französischen Atomwaffen und dann Sie beide, aber mir, Frau Tolteberg, etwas zu der gemeinsamen China-Politik und woran die bisher scheitert haben. Also interessanterweise, das ist ja eine wirklich hochinteressante Frage, interessanterweise hat Emmanuel Macron, der französische Präsident zuletzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres die europäischen Partner, einschließlich natürlich Deutschland, eingeladen, in ein strategisches Gespräch mit Frankreich einzutreten über das militärische, nukleare Thema. Er hat insbesondere auch angeboten, dass Partnerstaaten wie wir uns an französischen Übungen, militärischen Übungen, Manöver würde man sagen, das sind ja simulierte Manöver, in diesem Bereich beteiligen können. Das ist ein wichtiger, bisher nicht dagewesener französischer Schritt, ein wichtiges Angebot. Ich hoffe, würde mir wünschen, dass es von der Bundesregierung und von anderen Partnern aufgenommen wird und es wäre schön, wenn sich daraus ein Prozess entwickeln könnte, bei dem man in der Tat über die Frage diskutieren könnte, könnte eventuell das französische nukleare Potenzial eine stärkere Wirkung entfalten in dem Maß, in dem wir eine europäische Verteidigungsunion zu bauen im Begriff sind. Das versuchen wir ja. Nur, letzter Satz, das ist natürlich alles heute im Frühjahr 2020 Zukunftsmusik. Das ist nichts, womit ich irgendjemanden abschrecken kann. Das sind interessante theoretische Überlegungen und sie können nicht in diesem Jahr und auch nicht im übernächsten Jahr den nuklearen Schirm, den wir qua NATO haben, qua USA haben, in irgendeiner Weise ersetzen. Also ja, ich finde, wir sollten dieses Diskussionsangebot mit Frankreich aufgreifen, aber nein, das kann jetzt die existierenden Abschreckungsmechanismen im Bündnis in keiner Weise ersetzen und auch nicht in absehbarer Zeit. Solche Prozesse sind sehr, sehr komplex und schwierig. Das wird in jedem Fall, selbst wenn wir da aktiv rangehen, Jahre, Jahre dauern. Und wenn ich mir dann das auf der Zeitschiene noch die ergänzen, dann ist es auch keine Antwort auf Trumps Amerika, denn bis so etwas sozusagen realistisch würde, ist Trump bestimmt nicht mehr Präsident, egal ob es noch ein paar Monate oder vier Jahre dauert. Das muss ich ausführlich beantworten, das war nur sozusagen ein kleiner Versuch einer Schlussfolgerung auf der Zeitschiene. Lassen Sie uns, lassen Sie uns, denn das wird ja damit auch immer wieder begründet, wir müssten uns von Trump unabhängig machen, also mehr von Trump als von Amerika. Lassen Sie uns zu China kommen, also diese beiden Aspekte. Wie realistisch ist die gemeinsame Antwort der Europäer, aber auch der andere Aspekt, ist China mit seinem autoritären Regierungsstil nicht geradezu attraktiv für manche, weil es so aussieht, als könne dieser Staat effektiver in Krisen handeln als Demokratien. Das fragten außer den Lesern, die ich schon vorgelesen habe, auch Dr. Jörg Fuchs zum Beispiel, dass Demokratien sich eben leider abschotten, nicht kooperieren oder andere Fragen, die Attraktivität des autoritären Regimes. Frau Teutel, Ja, zum einen wir brauchen unbedingt eine gemeinsame europäische Asien-Strategie, dass es die noch so noch nicht gibt, ist es ein großes Problem, ist ein Versäumnis. Offenbar ist immer noch in vielen Bereichen die Vorstellung da gewesen, auch in Mitgliedstaaten, dass man sich da lieber seine eigene Außenpolitik macht. Wir können aber nur gemeinsam als Europäer dieses Gewicht auch auf die Waage bringen, außenpolitisch, das wir ja haben. und auch wirtschaftlich zum Beispiel als Wirtschaftsraum. Dafür gibt es viele Beispiele. Wir haben ja auch dieses Thema kritische Infrastruktur. Wir hatten vor einigen Monaten stärker in Deutschland die Diskussion um das 5G-Netz und Huawei. Im Moment werden da Fakten geschaffen, denn das Thema ist immer noch nicht geregelt in Deutschland und gleichzeitig werden offenbar schon Komponenten von Huawei verbaut bei der Telekom. Wir führen diese Diskussion nicht stringent genug und wir haben in Europa noch nicht die gemeinsame Strategie gegenüber China. Das brauchen wir unbedingt. Auch gemeinsame Beschaffung, Verteidigung, da ist sehr viel mehr abzustimmen in Europa, damit man auch gemeinsam handlungsfähig ist. Und diesen Systemwettbewerb, den müssen wir allerdings wirklich als Herausforderung annehmen, was Sie ansprechen, diese vermeintliche Attraktivität oder die faktische Attraktivität, die aber auch natürlich darauf beruht, dass Systeme wie China viele Informationen unterdrücken, dass es dort zum Beispiel Rechtsschutz nicht in dem Maße gibt, wie bei uns, was übrigens ja manche in der Wirtschaft auch erstmal faszinierend fanden, solange es für ihre Investitionen zunächst mal vorteilhaft ist, dass manche Dinge schnell gehen, nicht solche Planungsverfahren, Rechtsschutz betroffener da sind, wie in Deutschland. Es kann sich aber sehr schnell umkehren, wenn man davon betroffen ist, auch von staatlicher Willkür, von Unsicherheit, von rechtlichen Bedingungen, von Investitionen und das müssen wir sehr entschieden annehmen, auch die Vorteile unseres Systems herauszustellen. Ich finde, das stellt übrigens auch an unsere Medienkompetenz und Debattenfähigkeit manche Anforderungen, weil bei uns wird ja, was zu den Stärken des liberalen Systems gehört, über Probleme, über Schwierigkeiten offen berichtet, in freier Diskussion, in freier Presse, das ist in solchen Systemen nicht so und das stellt an uns aber auch die Aufgabe, Kritik richtig einzuordnen und nicht auch manchmal unser System schlechter dastehen zu lassen, als es ist, einfach nur, weil offener gesprochen wird über manche Probleme, aber die realen Verhältnisse in autoritären Staaten längst nicht besser sind, auch wenn die Propaganda das Glauben macht. Das ist auch eine Verantwortung, mit den Informationen da richtig umzugehen. Ich bin sicher, Herr Eschinger, Sie wollen dazu auch noch was sagen. Ich habe nur noch wieder ein paar Zuschriften hier hinein. Herr Eschinger, ist das dauerhafte Trump-Bashing, das vom Niveau her kaum besser ist, als das von Trumps Tweets selber, nicht sehr, sehr schädlich, fragt Christoph Rohde und es kommen auch weitere Fragen eben, warum ist China so attraktiv und müsste nicht auch Europa einen Weg finden? Also wenn wir denn glauben, wie Frau Teuteberg das argumentiert hat, dass die offene Gesellschaft eigentlich die bessere und auch die leistungsfähige Gesellschaft ist, wie kann man das in der Öffentlichkeit auch darstellen? Müssen wir einfach auch besser kommunizieren? Sie haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass vergleichsweise kleine Lieferungen von Atemschutzmasken aus China und Russland ein riesen diplomatischer Erfolg für diese Länder sind, aber das, was in Europa an Hälfte geleistet wird, gar nicht so wahrgenommen wird. Ist das nicht auch ein Kommunikationsfehler? Naja, also ich bin noch nicht so überzeugt, dass diese PR-Aktivitäten, die da aus Peking und natürlich auch aus Moskau gefahren worden sind, dass die sozusagen zu einer dauerhaften Stärkung der Perzeption der Rolle Chinas und Russlands und so weiter führt. Ich denke, das sind eher Eintagsfliege. Ich denke auch, dass wir eine weit bessere Selbstdarstellungspolitik treiben könnten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Europäer mit dem Selbstbewusstsein, das uns inzwischen auch gut zu Gesicht steht, auf die Wertvorstellungen hinweisen, die uns Freiheiten, Widerspruch, demokratischen Streit, republikanischen Streit ermöglichen, grundlegende Menschenrechte garantieren. Das alles ist in anderen Systemen, einschließlich dem chinesischen System, anders. Ich will jetzt gar nicht China-Bashing anfangen, aber die Unterschiede sind natürlich in der Tat eklatant. Da kann man auch mehr aufklären. Nur, der erste Schritt, ich wiederhole das, was ich vorher schon versuchte zu sagen, der erste Schritt muss sein, dass wir als Europäische Union uns eine China-Politik, eine China-Strategie zu eigen machen. Die Europäische Kommission hat im Frühjahr des letzten Jahres einen ersten Aufschlag produziert, ein längeres Papier, ich glaube, es waren etwa 12 oder 14 Seiten, in dem tatsächlich gesagt wurde, wir haben es hier ja nicht mit einem normalen Partner zu tun, sondern mit einem systemischen Rivalen, weil jede chinesische Firma, die hier in Europa agiert, natürlich nicht einfach irgendeine private Firma ist, sondern eine Firma, die der Kontrolle der Partei und der Aufsicht durch die Partei und ihrer politischen Zielsetzung unterliegt. Das ist einfach different animal, würden die Amerikaner sagen. Und das muss in unserer politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit noch viel deutlicher werden, dass China nicht einfach der nette Riese ist, bei dem wir eine maximale Zahl von Mercedes Autos oder VWs verkaufen können, sondern dass wir tatsächlich hier eine gewisse Rivalität haben. Wir brauchen einen, lassen Sie mich nochmal einen amerikanischen Begriff benutzen, ein Level Playing Field. Das ist ja das, was die Bundeskanzlerin auch versucht hat und hoffentlich auch umsetzen kann, als sie für Leipzig im Herbst dieses Jahres, im September, während unserer Präsidentschaft eine große EU-China-Investitionskonferenz auf die Beine stellen wollte. Man kann nur sich wünschen, dass die tatsächlich stattfinden kann, weil das helfen könnte, dieses Level Playing Field, also den Umgang auf Augenhöhe herzustellen. So viel zum Thema China. Was war der andere Punkt, den Sie angesprochen hatten? Ach so, Trump, der Umgang mit Trump, wenn ich dazu auch noch zwei Sätze sagen darf. In der Tat dürfen wir uns nicht holmen mit unseren politischen Energien, indem wir uns ständig aufregen, meistens negativ aufregen, über irgendwelche Äußerungen oder politischen Aktionen des amerikanischen Präsidenten. In Amerika steht in einem halben Jahr eine Wahl bevor. Der Ausgang dieser Wahl ist völlig ungewiss. Es kann ein anderer Präsident ab Januar nächsten Jahres im Amt sein. Im Übrigen ist es völlig abwegig und falsch, wenn man in der deutschen Betrachtung Amerikas so tut, als bestünde Amerika nur aus dem Weißen Haus. Wir haben einen Gouverneur in Kalifornien, der über eine Volkswirtschaft regiert, die, wenn Kalifornien in Europa läge, zu den großen Volkswirtschaften Europas zählen wird. Zu den großen Volkswirtschaften. Wir haben Gouverneure beispielsweise in New Jersey, die früher mal Botschafter in Deutschland waren. Phil Murphy. Wir können mit vielen dieser Akteure, Senatoren, Gouverneuren, mit der Zivilgesellschaft, mit der Business Community, die intensiven Kontakte, die sich über Jahre und Jahrzehnte ergeben haben, zum Teil problemlos und gut und mit gutem Erfolg fortführen. Also es ist nicht so, dass wir, dass alles, was mit Amerika passieren kann und passieren sollte, blockiert ist oder nicht mehr möglich ist, bloß weil im Weißen Haus jemand sitzt mit dessen politischen Vorstellungen, viele von uns ihre Probleme haben. Amerika, das wäre mein Fazit, ist mehr als Trump. Lassen Sie uns das nie vergessen. Ich habe hier noch sehr viele weitere Fragen zu China, zur Handelspolitik, aber ich wollte ganz kurz noch mal das Thema wechseln, auch mit Blick auf unser Oberthema, wie die internationale Politik von der Pandemie beeinflusst wird. Hier fragt zum Beispiel Stefanie Trutz-Ulrich nach dem Nahen Osten, welche Entwicklung erwarten Sie im Nahen Osten und ich will das noch etwas erweitern. Stellen wir das Experiment doch mal an. Wenn wir kein Corona hätten, wäre dann die Situation für die internationale Krisendiplomatie in Syrien, in Libyen, in der Ukraine, gegenüber Nordkorea anders? Also ist es wirklich so, dass die Pandemie auf einmal große Auswirkungen hat, dass sie die Handlungsfähigkeit internationaler Politik verändert, beeinflusst, erweitert? Ich weiß nicht, wie auch immer Sie das sehen wollen. und würde dann solche Krisendiplomatie oder Kriegsdiplomatie anders verlaufen? Frau Teuteberg. Also mein Eindruck ist, dass die Pandemie auf vielen Ebenen tiefgreifende Veränderungen bringt, dass sie im Moment erst mal kurzfristig die Aufmerksamkeit auch absorbiert, auch aus naheliegenden Gründen der Bevölkerung wie der Politik in vielen Bereichen, auch viel, was die Außenpolitik angeht, sich jetzt mit der unmittelbaren Krisenbewältigung zu befassen, aber auch, dass sie insgesamt die Debatte und die Verhältnisse zum Teil verändert, auch in den Gesellschaften und in der politischen Kultur, von den wirtschaftlichen Auswirkungen ganz zu schweigen, die sich auch politisch auswirken werden. Auf jeden Fall finden die außenpolitischen Krisen, die nicht mit der Pandemie direkt verbunden sind, im Moment wenig Aufmerksamkeit in unseren Nachrichten und die Frage, welche Staaten werden wirtschaftlich wie hervorgehen aus der Krise, welche Handlungsfähigkeit haben, die wird sicherlich auch die außenpolitische Handlungsfähigkeit, das Krisenmanagement in den schon bestehenden Konflikten weiter beeinflussen, wer hat wirtschaftlich welches Gewicht und kann das dann auch außen geopolitisch einsetzen, wer hat welche Interessen mit wem zusammenzuarbeiten, das wird sehr spannend und sicherlich auch manche Veränderungen mitbringen und wir werden sicherlich auch aufpassen müssen, welche Veränderungen davon sind wünschenswert, wo können wir in die richtige Richtung etwas beeinflussen, wo müssen wir sehr wachsam sein, manches nicht zuzulassen, dass von der Krise profitiert wird, wo das überhaupt nicht angemessen ist. Herr Schinger, wie beurteilen Sie im Moment die Veränderung, Erweiterung oder Verengung der Möglichkeit von Krisendiplomatie in Zeiten von Corona, Syrien, Libyen, Ukraine? Ich weiß, uns läuft die Zeit weg, aber erlauben Sie mir, dass ich ganz kurz ein kleines bisschen ausholte, ich mache es auch ganz kurz. Es gibt ja eigentlich zwei Grundthesen über die Auswirkungen dieser Pandemie. Die eine lautet, nach dieser Krise wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Es wird alles anders sein. Wir werden dann eine andere Klimapolitik betreiben können oder müssen und so weiter und so weiter. Die andere These, die Gegenthese lautet, wir müssen so schnell wie möglich zu der früheren Normalität, sogenannten Normalität zurückkehren. Ich glaube, dass beide Thesen so nicht stimmen. Ich glaube, dass die Wahrheit eher in folgender Beobachtung liegt. Ich denke, diese Krise wird die Tendenzen und Trends, die wir in der internationalen Politik der letzten Monate und Jahre beobachten konnten, verstärken, positiv und negativ und beschleunigen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir stellen seit längeren Jahren fest, dass die internationale Ordnung, das Regelwerk, die Vereinten Nationen, die Welthandelsbeziehung unter schwerstem Beschuss geraten, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das brauche ich in diesem Kreis nicht nicht auszuführen, ist fast in allen wichtigen Fragen handlungsunfähig, blockiert, jetzt übrigens auch in der Pandemiefrage nicht imstande gewesen, eine globale Beschlussfassung zustande zu bringen und so weiter. Das sind Fragmentierungs Entscheidungen, die sich seit längeren, langen Monaten, in längeren Jahren schon abzeichnen. Die sind durch diese Krise, bei der zunächst ja der Impuls fast aller nationalen Regierungen lautete, zurück zum Nationalstaat, Grenzen schließen, wir sind jetzt auf uns selbst gestellt, das wird eher verstärkt. Die Gegenthese lautet, die Gegenthese lautet, warum werden durch, trotz dieser Fragmentierung, und das wäre meine Antwort auf Ihre Frage, die aktuellen Krisen möglicherweise nicht weiter angefangen. Und da wäre meine Hypothese, die ich nicht beweisen kann, dass, nehmen wir mal das Thema Russland und die Ukraine und Russland und Syrien und so weiter. Ich wage die Aussage, dass Russland angesichts einer gewaltig wachsenden Anzahl von Corona-Problemen für die nächsten längeren Wochen und Monate, vielleicht Jahre, damit der Frage beschäftigt sein wird, die eigenen internen Probleme in den Griff zu kriegen und dass sozusagen der Ausflug in die Außenpolitik, der ja immer recht beliebt ist, wenn man interne Probleme hat, deswegen nicht mehr so attraktiv erscheinen wird, weil der Ausflug in die Außenpolitik, der Ausflug nach Syrien, der Ausflug in die Ukraine, der kostet ja Geld, der kostet die ohnehin nicht gerade wohl ausgestattete russische Föderation, wahnsinnig viele Ressourcen, die dadurch gebunden werden. Ich glaube also, dass die Abenteuerlust nicht nur Russland, sondern viele andere Akteure, denken Sie mal an Saudi-Irakien, denken Sie auch mal an den Iran, der vom Ölverkauf legal oder illegal lebt, wenn der Ölpreis nur noch ein Viertel des bisherigen Werts ist, sind die verfügbaren Ressourcen, um Kriege zu führen, um militärische Einheiten auszustaffieren, natürlich geringer. Ich würde also als Hypothese formulieren, die Krise wird mit ihren dramatischen ökonomischen Auswirkungen die Neigung der Großmächte, aber auch der kleineren Mächte, die regional eine Rolle spielen, eher einhegen, eher beschränken als anfeuern. Das wäre meine Hoffnung, dass die Krise aus diesen Gründen eher besänftigend und beruhigend wirken wird und nicht der Anlass sein wird, neue Kriege anzufachen, bloß weil im Augenblick vielleicht der Gegner mit der Corona-Krise selber befasst ist. Solche Überlegungen und Fragen stellen auch mehrere unserer Zuhörer an, also diese Hoffnungsvolle, was wird sich nach vorne bewegen? Und das ist jetzt auch dann die letzte Runde mit Blick auf die Uhr. Ralf Herken fragt zum Beispiel, in Deutschland gibt es den Länderfinanzausgleich mit klaren Regeln, wird so etwas jetzt im Zuge der Krise auch auf europäischer Ebene entstehen, ein Länderfinanzausgleich. Wolfgang Tischer fragt, Herr Ischinger hat von der Empathie in der Regierung gegenüber anderen Ländern gesprochen, insbesondere in Osteuropa, wird also sozusagen mehr Verständnis entstehen für die Sichtweisen von Ländern wie Polen, Ungarn, den unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Ost und West, sowohl auf die europäische Thematik und die Herausforderung wie auch auf die Flüchtlingspolitik. Frau Teuteberg, wie hoffnungsvoll sind Sie, dass es eben die ischingerische These, die Krise muss nicht Konflikte verschärfen und Krisenmanagement behindern, sie kann auch positive Auswirkungen haben, ohne dass wir jetzt die rosa-rote Brille aufsetzen, wo sind Möglichkeiten und Grenzen, was Corona hier nach vorne bewegt? Ja, wir sollten, finde ich, aus dieser Krise lernen und das kann sowohl innerstaatlich als auch international sein, dass wir noch mal genauer schauen, was ist Aufgabe sowohl des Staates als auch was ist Aufgabe der jeweiligen Ebene und in Deutschland zum Beispiel haben wir offensichtlich in letzten Jahren trotz Rekordeinnahmen zum Beispiel Katastrophenschutz auch als eine öffentliche Aufgabe vernachlässigt, während gleichzeitig übrigens viel Geld für andere Dinge ausgegeben wurde und in Europa haben wir eben manche Dinge, Sie haben vorhin das Thema Asienstrategie angesprochen, aber auch gemeinsame Verteidigung, die eigentlich großen Aufgaben, für die auch Europa sinnvollerweise zuständig ist, die wir gemeinsam besser regeln können, über den Nationalstaat hinaus als auf nationaler oder gar regionaler Ebene, dass wir uns darauf stärker besinnen und dort auch handlungsfähiger werden. Ich finde, das wäre eine gute, sinnvolle Lektion, die wir daraus lernen könnten, aus dieser Krise, dass wir sowohl im eigenen Staat als auch auf internationaler und europäischer Ebene noch mal genauer definieren, was sind die gemeinsamen Aufgaben und wer hat welche Aufgabe zu leisten und dafür auch die Ressourcen und die Verantwortung aufzubringen. Ich habe von den Veranstaltern im Vorgespräch gelernt, dass 60 Minuten ein ziemlich guter Zeithorizont sind, gerade auch für diese Formate. Ich bitte alle diejenigen um Verständnis, die mir noch Fragen eingesandt haben. Es sind eine ganze Menge zu verschiedenen Themen, wenn sie jetzt nicht alle namentlich vorgelesen wurden und beantwortet werden konnten, aber diese Fragen kreisen alle im Wesentlichen um dieselben Themen. Und eine möchte ich noch mal aufgreifen. Wir haben unser Gespräch damit begonnen, dass wir am Vorabend des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa sind. Wir sind glaube ich alle dankbar dafür, dass wir 75 Jahre Frieden genießen konnten. Eine der längsten Friedensperioden in der Geschichte Europas, die nur wirklich an Konflikten leider sehr reich war in den vergangenen Jahrhunderten. Das bedeutet nicht, dass überall eitel Sonnenschein herrscht. Wir werden in den nächsten Tagen erleben, dass zum Beispiel in Berlin die Ukrainer an einer Stelle des Endes des Weltkrieges am 8. Mai gedenken und die Russen an einer anderen Stelle Berlins am 9. Mai dieses Weltkrieges gedenken, obwohl sie beide, die Vorfahren beider dieser heutigen Gedenker damals in derselben Roten Armee gegen Hitler gekämpft haben. Also da bleiben noch viele Aufgaben. Gerade der Erinnerung an den Krieg erinnert uns noch einmal daran, welche Verantwortung damit verbunden ist. Ich danke Linda Teutelberg, der FDP-Generalsekretärin. Ich danke Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, für diesen Gedankenaustausch. Ich danke Ihnen allen, die Sie aus Ihren Wohnzimmern, Arbeitszimmern sich die Zeit genommen haben, uns hier zuzuschauen, an der Debatte teilzunehmen mit Ihren Fragen. Es waren über 300 Menschen, das ist ein gutes Signal. Bitte schauen Sie weiter wohlwollend, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, auf die Einladung der FDP und auch der Friedrich-Naumann-Stiftung und ich hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheiten auch hier wiedersehen können, zunächst digital und in einer hoffentlich nicht zu fernen Zukunft, auch wieder ganz persönlich in den gewohnten Gesprächsformaten. Ich wünsche Ihnen allen einen friedvollen, einen guten, erholsamen Abend und bis bald. Danke Ihnen, auf bald. Danke, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.